Hallelüchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von RoboCraft. Nochmal mit dem Joshua und mit dem Yoshi und der Agent, ich weiß jetzt nicht den kompletten Namen, den wollte ich einladen, das klappt aber irgendwie nicht wirklich, also beziehungsweise ich habe ja noch ganz viele andere Leute in meiner Liste, aber das scheint momentan doch irgendwie leicht verbackt zu sein. Warte mal, ach Mensch, ich kann dich nicht einladen, bin schon im Platon und in der Aufnahme, deswegen nicht böse sein, dass ich jetzt nicht mehr antworte, aber mein Heiler folgt mir wieder. Oh, und da geht es schon los. Komm runter. Was ist das denn jetzt? Wo ist denn der hin? Ja, und der Agent Double Leo, wenn ich es richtig ausspreche, hat gesagt, ich habe bei ihm angenommen. Das geht aber gar nicht eigentlich. Also wie ihr seht, das Friend List Feature momentan komplett verbackt. Finde ich total kacke, muss ich sagen, weil ich will ja mit euch spielen und es hat auch mehrere Anläufe gedauert, bis ich die anderen zwei überhaupt mal adden konnte. Das ist total doof, wie ich finde. Und da fragt er jetzt, ob er nicht geendet werden kann. Ich bin der Leader, aber kann dich nicht adden. Ist grad Buggy. so, und weiter geht's. Hat bei den anderen auch ewig gedauert. Ich probiere es nachher wieder. Ja, und damit muss es jetzt kurz mal gut sein. Ich muss mich ja aufs Spielen konzentrieren. Kommt mit, Kollegen. Wo sei da? Achso, du wolltest rechts rum, sagst du. Oder ich denke mal, dass du rechts rum wolltest. Kann ich verstehen, da geht gerade der Punk ab, aber wir gehen jetzt einfach hier hoch. Ach, Mist, da komme ich ja gar nicht lang. Naja, gehen wir da lang. Hups. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Einmal drehen, bitte. Peinlich, peinlich. So, jetzt können wir Gas geben. Boah. Und ich muss unbedingt umbauen, ey. Das ist ja schrecklich. Wäre schon bei uns im Video umgefallen. Ja, unsere Base wird gerade angegriffen. Das ist natürlich ärgerlich. Wir fahren zurück. Digga. Das hat doch keinen Zweck. Na gut, dann gehe ich die jetzt alleine retten. Die anderen sollen mal schön unsere, äh, die Gegner Base angreifen. Ich schaffe das auch alleine. Nein, hoffe ich. Von links kriege ich wahrscheinlich gleich da noch Gesellschaft, wie ich sehe. Ein Router. Scheiße, hier komme ich nicht hoch, ne? Ach, verdammt. Da ist doch jemand. So, vergiss es, Junge. Diesmal gehst du drauf. So, jetzt stürzt du aber immerhin mal ab. Und wir haben verloren. Scheiße, ich hätte mich nicht aufhalten lassen dürfen. Ach, Mann. Das nervt mich so sehr. Und ich kriege schon wieder eine, eine Anfrage. Anfrage. Platoons. Komm, nochmal bei ihm versuchen. Ach, endlich. Endlich funktioniert es. Hat auch lang genug gedauert, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass der jetzt... Ja, perfekt. Wir sind zu viert. Perfekt. Würde ich mal sagen, steigen wir direkt ins nächste Spiel rein. Bin mal gespannt, mit was er jetzt auftaucht. Der Agent. Komm, Leute. Auf, rein ins Spiel. Haben wir nicht ewig Zeit. Perfekt. Alles klar. Wir sind in der Queue. Und ach, da geht es schon los. Meine Herren, das geht aber schnell. Was hat der Agent denn? Der hat einen SMG-Tank. Perfekt. Also zwei Angreifer, ein Sniper und einen Heiler. Wo ist er denn? Da ist er. Ach, hast du aber ein Klötzchen. Aber seine Hauptgeschütztürme, die oben drauf sitzen, hat er schön mit den Electroblades geschützt. Läuft. Bin mal gespannt, was er so reißt, der Gude. Und jetzt muss ich mir nochmal den Namen genau angucken. Agent Double-Oi-63. Agent Double-Oi. Auf jeden Fall. Wow, der ist aber zügig unterwegs. Ach, du hast hinten auch noch. Wie heißt's? Thruster hast du hinten drauf. Deswegen bist du zügig unterwegs. Mir nach. Männer. Ach, das ist cool, wenn du so einen Wattenschwanz an Männern hinter dir hast. Ups. Scheiße. So, und wir gehen auch mal hier in den Graben rein. Ich würde gerne da links hochfahren. Da sind schon die ersten Sniper Laser, wie ich sehe. Oh, da kommt direkt ein Schüsschen. Ich würde den gerne hinten in den Rücken fallen. Da sind auf jeden Fall einiges an Luftgegnern. Luftgegnern. So, und jetzt fallen wir dem mal richtig gepflegt in den Rücken. Ist halt weg, ne? So, erster Gegner also hinüber. Zweiter Gegner. Ähm. Ist irgendwo da oben. Ich weiß nicht, ob ich da... Ne, da komm ich nicht hoch. Das ist einfach zu steil für mich, aber... Er kommt hoch. Perfekt. Scheiße, aber ist überhaupt nie mehr notwendig. Alter Falter, wurde der weggebrezelt. So, ich gehe mich jetzt aber mal um die Flugzeuge da oben kümmern. Ich halte jetzt einfach mal mit Dauerfeuer drauf. Irgendwas werde ich schon treffen. Ich möchte unbedingt den Kill noch haben. Oder einen davon. Ist gerade abgestürzt. Aber wo ist er? Ach ne, der ist hinter dem Berg, ist er abgestürzt. Es dürfte... Ne, einen Gegner gibt es noch zusätzlich, aber wo? Ach, das war es schon. Perfekt. Läuft. Und Big Yoshi hat 5 Kills gemacht. Respekt. Wie viel Geld gibt es dafür? Naja. Könnte mehr sein. Aber wir haben mittlerweile ordentlich was an Geld dazu verdient. Geht schon sehr ab, muss ich sagen. Und läuft. Komm schnell, Leute. Schnell ins Spiel. Oder muss ich den Yoshi jetzt einfach mal loben? Ach Mist. Jetzt geht es nicht mehr. Ach, und da haben wir einen Mega-Bot-Kampf. Perfekt. Alter, heute ist ja mega die Folge. Wo sind unsere Kollegen? Da hinten ist der Agent Double-Oi. Und da sind die zwei anderen. Joa, wie machen wir denn das jetzt am besten? Fahrt einfach mal vor. Ich gucke mir das einfach mal von Weitem an. Bötsch DX7-1. Ist unser Gegner. Mega-Boss-Battle. Ja, kommt, Leute. Fahrt einfach mal vor. Ich halte mich mal zurück. Ich bin irgendwie ein bisschen unentschlossen, was ich machen soll. Wir haben ja gerade gesehen, oder in der letzten Folge gesehen, oder war das diese Folge? Letzte Folge, wo wir im Challenge-Strike waren. Was passiert, wenn kleine Kerlchen gegen große Kerlchen kämpfen? Das soll mir nicht passieren. Da hinten rechts ist er. Ich schieße einfach mal in die Richtung. In der Hoffnung, dass ich irgendwas treffe. Der fährt jetzt nach hinten rum. Warte mal, ich muss mal drauf achten. Scheiße, jetzt ist er weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Kommt er vorne raus? Kommt er raus? Oder kommt er hinten raus? Ich habe ein bisschen Schiss gerade. Ich schätze mal, dass er von dort kommt, von links. Ich gehe mal spotten, auch wenn das vielleicht mein Tod ist. Aber irgendjemand muss den Job machen. Links, ich habe es gewusst, dass er links ist. Ich hoffe, dass er da auch bleibt. Irgendjemand muss den vorne ablenken, Leute. Achtung, er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück. Ich weiß noch nicht so ganz. Achtung, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Abgang. Boah, was ein Gefecht, alter Falter. Ich würde sagen, wir fahren ihm mal direkt hinterher, oder? Auf, Jungs. Er hat aber auf jeden Fall ganz schön Federn gelassen. Wir brauchen aber mehr spotter. Wo ist er? Da kommt direkt raus, vielleicht. Und ich müsste dem direkt begegnen. Komm schon. Ich bin an ihm dran. Jetzt ist er down. Sehr geil. Ich glaube, das ist der erste Kampf, der Mega-Kampf, den ich gewonnen habe. Und der Agent Double-Oi hat, glaube ich, sogar den Kill abgestaubt. Sehr gut. Wie viel Geld gibt es dafür? 10.000. Richtig gut. Hat sich rentiert, würde ich mal sagen. Bin ich gerade am überlegen. Kann ich zugänglicherweise noch eine neue Kanone oben draufsetzen? Da kriege ich sogar noch eine unter. Und nach hinten. Ah, da kriege ich leider keine mehr unter. Auf jeden Fall lief das gut. Brauche einen Moment, Mr. Joshua. Dann mach aber mal hinne. Mach hinne. Ich bin doch in der Aufnahme. Da kann ich nicht ewig warten. Gut, dann kann ich aber wenigstens mal ganz kurz noch ein bisschen was umbauen. Ich habe ja noch ein paar von den Cubes hier. Hier kommen noch welche hin. Und anscheinend gibt es doch noch einen neuen Promocode. Coop Land. Wart mal, da muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Coop Land. Ach nee. 5000 RP. Na, da bringt mir nix. So, ich klicke jetzt aber auch mal da drauf. Ich hoffe, ich hoffe, dass Yoshi. Okay, weiter geht's. Perfekt. Joshua hat schon das Go gegeben. Hoffentlich läuft das jetzt. Ja gut, den Premium Code, den habe ich schon benutzt. Aber Coop Land 4, also Coop Minus Land Minus 4, 8, 9, 3, 6, 7. Dafür kriegt man 5000 RP. Ist doch schon mal nicht schlecht, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und den anderen, den Server 1, 5, irgendwas schlag mich tot, den kennen wir ja schon. So, und das wird dann aber auch das letzte Gefecht für die Folge. Ich hoffe, dass ich nicht allzu schnell draufgehe. Aber ich bin relativ zuversichtlich heute. Irgendwie läuft es heute einfach ganz gut. Und wir gehen über die linke Seite. Das ist bei der Karte, glaube ich, so das, was ich am meisten mache. Ja. Muss ich nur überlegen. Hier habe ich ja schon... Ah, da hinten kommt schon der erste Kandidat. Komm schon, Junge. Oh, da geht's los. Wo ist meine Medic-Unterstützung? Da ist er. Perfekt, vielen Dank. Kann ich immer gebrauchen. Und weiter geht's. Ich weiß, wie viele Punkte gibt es denn eigentlich als Medic? Das würde mich mal interessieren, kriegt man da mehr, als wenn man jetzt, keine Ahnung, die ganze Zeit Kills macht? Oder wie sieht das aus? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich habe ja selbst keinen Medic. Deswegen habe ich da überhaupt keine Erfahrung. Weil irgendwie muss es da ja auch Punkte geben, oder? So, ich werde jetzt aber hier mal rechts abbiegen, glaube ich. Ich will mir die Gegner holen. So, und der ist volle Möhre abgestürzt. Die wollen unsere Basis direkt erobern. Das ist aber nicht... Das ist nicht okay. So, der ist weg. Und die mache ich jetzt auch noch. So, der ist weg. Und der ist dann wohl auch weg. Und der sowieso. Und wo ist der Rest jetzt von denen? Über uns. Ups, den habe ich ja gar nicht gesehen. Und wo ist der letzte Gegner? Der ist dann wohl auf unserer Basis drauf. Oder zumindest in der Nähe. Ja. Das hätte ich nicht machen sollen, Kollege, wenn du überleben willst. Weil jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo du bist. Aber so ist es wenigstens schneller vorbei. Oder auch nicht. Werden wir da achst? Wo ist der? Der müsste eigentlich irgendwo in der Luft rumschwirren. Wo ist der denn? Ich glaube, ich sehe ihn, oder? Nee. Wo ist er denn? So, ein Penner. Er weiß doch selbst, dass er nicht gewinnen kann. Wenn ich ein bisschen weiter weg noch gehe. Nee. Auch da ist er irgendwie nicht zu treffen. Wo ist der? Der ist da nicht. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist ein Bug. Was auch immer da gerade passiert. Ist aber eigentlich auch egal. Wir haben gewonnen. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.